Das zweite Buch Samuel ist ein biblisches Buch im Tanach. Es wird seit dem Mittelalter in 24 Kapitel unterteilt. In den Ostkirchen heißt es zweite Buch der Königreiche. Der Prophet Samuel erscheint nur im erste Buch Samuel. Die beiden Bücher Samuel waren einst ein einziges Buch und so behielten die Teile den Namen bei, nachdem sie aus praktischen Gründen voneinander getrennt wurden. Hauptfigur dieses Buches ist vielmehr David. Das Buch weist viele Parallelen zum erste Buch der Chronik auf. Im Gegensatz zu diesem ist es aber merklich kritischer und legt den Schwerpunkt mehr auf die politischen Ereignisse als auf den Kultus. Neben den Erzählungen finden sich auch Psalmen, zweite Psalm 23, Davids letzte Worte. Inhalt Das Buch schildert zunächst den Aufstieg Davids als König über Judah und ganz Israel nach Siegen über Raphaiden und Philister. In 2 Psalm erhält David durch den Propheten Nathan die Zusage Gottes, dass seine Dynastie für immer erhalten bliebe. Die positive Sicht Davids schlägt in 2 Psalm 11 um, wo geschildert wird, wie David mit der verheirateten Batschebel Ehebruch begeht und deren Ehemann Uriah in den Tod schickt. Dafür wird David von Gott durch Nathan zur Rechenschaft gezogen. Es wird angekündigt, dass die Nachkommen Davids durch Gewalt umkommen werden. Es folgt eine Geschichte von kriegerischen Geschehnissen, Aufständen und Gewalt. So Z.B. 2 Psalm 13 Die Vergewaltigung von Davids Tochter Tamar durch ihren Halbbruder. Den Davids Sinn am Nun oder den Aufstand des Sohnes Abschalom gegen sein Vater und das Ende Absaloms durch Joab. Im letzten Kapitel bringt David Gott mit einer Volkszählung, die er gegen den Rat Joabs vollzieht, gegen sich auf. In Folge dessen wird das Volk mit einer Pest bestraft, die endet, als David auf dem späteren Tempelplatz opfert. Das Buch schließt mit Nachträgen und Davids Vermächtnis. Das erste Buch der Könige stellt eine Fortsetzung des Buches Samuel dar. Siehe auch. Liste biblischer Bücher Liste biblischer Bücher